hallo ihr lieben herzlich willkommen zu einem neuen interview hier auf diesem kanal ich freue mich heute wieder ganz besonders den fabian von lebenskraft pur hier online leben ersetzen zu haben hallo lieber fabian schön dass du zeit gefunden hast hallo silke wie immer eine freude bei dir es ist ja schon so ein kleines ritual zwischen uns einmal im vierteljahr gibt es ein video und wir sprechen über einige produkte von lebenskraft pur ich nutze eure produkte schon ich glaube 2017 hast du mich angeschrieben da war lebenskraft pur ja noch ganz am anfang genau klein und genau da habe ich die grünen pulver getestet mittlerweile ist so viel dazu gekommen ich bin so beeindruckt am anfang war es also die grünen pulvernachungsergänzungsmittel und dann wurde dieses sortiment immer größer ein grünen pulvernachungsergänzungsmittel mittlerweile habt ihr ja auch lebensmittel also auch ein großes zahnpflege sortiment das finde ich wunderbar aber auch lebensmittel also die ganzen bären pulver da hat man auch schon video dazu gemacht dass es die auch ein anliegen war hochwertige bären pulver über lebenskraft pur nach außen zu bringen und was mich ganz besonders freut seit einiger zeit oder sind auch neuere produkte ist unter der kategorie lebensmittel sind jetzt gekeimte saaten dazu gekommen mittlerweile zwölf stück ich habe alle bei mir zu hause stehen also ich bin da echt begeistert die jenigen die mir schon länger folgen wissen ja auch dass ja gekeimte lebensmittel sprossen mikrogrün in hohen stellenwert haben und für mich natürlich auch gekeimtes saaten in getrockneter form ich stelle mir das teilweise auch selber her aber ich freue mich auch dass ihr da jetzt so eine große auswahl habt dass man sich das einfach bestellen kann verschenken kann auf reisen mitnehmen kann oder wenn man sagt ich habe jetzt gar keine zeit mir das selber herzustellen dann kann ich mir einfach ein vorrat anlegen von euch hochwertige produkte und darüber wollen wir heute sprechen über die gekeimte saaten und ich hatte ja schon erwähnt zwölf gekeimte saaten da möchte ich dich als erstes fragen ja wie ist es zu diesen warum habt ihr euch ausgerechnet für diese zwölf saaten entschieden und wo kommen die her also mit den zwölf sind wir wahrscheinlich noch nicht am ende also da werden wahrscheinlich auch noch weitere dazu kommen wir haben jetzt erst mal so die zwölf genommen wo wir den größten wie sich sagen ernährungsphysiologischen wert gesehen haben das auch schon ein teil der beantwortung der frage war also wie haben wir ausgesucht im prinzip so ernährungsphysiologisch wertvoll soll es sein oder halt im alltag also das sollte immer sein ernährungsphysiologisch wertvoll und im alltag halt häufig auch in der nutzung zum beispiel jetzt haben wir gerade auch ganz frisch den nackthafer noch dazu genommen der dann eben einfach ganz viele leute halt sagen naja ich will mir halt morgens ein müsli machen oder sowas und mit einem nackthafer der gekeimt ist und da dann eben frische flocken selber machen das ist halt der hammer ja also ich kann das wirklich nur sagen so mehr geht halt einfach auch nicht mehr und das waren so die gründe warum wir diese zwölf ausgesucht haben ich kann einmal ein paar beispiele auch sagen neben dem nackthafer mal noch leinsamen zum beispiel als lieferant auch von den omega 3 fettsäuren die ja so wichtig sind eben für unsere gehirnfunktion herzgesundheit cholesterinspiegel und so weiter omega 3 sind recht recht wichtige fettsäure und leinsamen können da auch schon mit helfen also nicht jetzt einzig allein leinsamen aber es ist ein wertvoller lieferant auf jeden fall dann haben wir noch die brokkolisamen auch dabei da bin ich ja das ist ja mein mein liebling eigentlich da kann ich oder da habe ich eben hohen gehalt von sulforaphan enthalten das ist ein sekundärer pflanzenstoff auch von antioxidanz wirkt auch entgiftend und findet sogar anwendungen der krebstherapie und das finde ich am spannendsten beim sulforaphan da gibt es total zu oder wie soll ich sagen wichtige forschungsergebnisse auch von ingrid her vom universitätsklinikum in heidelberg und auch dem deutschen krebsforschungszentrum und da ging hervor dass das sulforaphan eben auch das krebswachstum und vor allem auch die metastasen bildung hemmen kann und das fand ich so toll bei den brokkolisamen vor allem auch dass es so von dem deutschen institut so untersucht wird das fand ich so spannend ich beschäftige mich schon so lange mit dem brokkoli und dass man da jetzt endlich mal eben die auch als als gekeimte saaten haben das war mir ein totales anliegen weil der sulforaphan gehalt also diese wertvolle substanz die ist am höchsten im brokkoli im gekeimten zustand also wenn du die samen ankeimst dann ist der gehalt am höchsten wenn sich dann langsam schon die pflanze daraus entwickelt und letztlich auch der bekannte brokkoli gemüse dann ist der sulforaphan gehalt recht klein also wir haben wirklich den höchsten gehalt in diesem stadium wenn es gerade anfängt zu sprießen wenn so der keimling so ein bisschen rausguckt dann ist der gehalt am höchsten und deswegen war mir das ganz ganz wichtig dann haben wir noch quinoa ist auch ein super lieferant für die essentiellen aminosäuren und vor allem auch sogar im optimalen verhältnis wir haben diese essentiellen aminosäuren die man zuführen muss über die ernährung weil der körper sie nicht selber bauen kann und da haben wir optimales verhältnis bei quinoa deswegen fand ich das noch super wichtig und allgemein einfach kann man halt sagen die die keimlinge das wissen deine zuschauer das ist einfach das sind halt kraftpakete das ist ich habe hier ein feuerwerk an enzymen mikronährstoffen vitaminen aminosäuren antioxidantien die sind einfach ernährungsphysiologisch mit am wertvollsten überhaupt und es liegt einfach daran wie auch beim brokkoli habe ich es ja gerade eben schon beschrieben dass halt eben dieses dieses keimstadium da entsteht ja quasi lebend raus aus diesem klitzekleinen keim oder saat kommt ja quasi die ganze pflanze am schluss raus da steckt ja quasi ist auch logisch da steckt die ganze information schon drin und die ganze power die die pflanze braucht in diesem kleinen keimling und dementsprechend sind die eben auch konzentriert an an mikronährstoffen an vitalstoffen und ist einfach super wertvoll und dann ist halt eben natürlich noch logischerweise wichtig kaum der kaum erwähnenswert aber muss man natürlich auch sagen die rohkostqualität bei den gekeimten saaten natürlich essentiell wichtig weil ich habe ja so eine hohe enzym aktivität quasi da drin und die will ich ja nicht kaputt machen weil die enzyme gehen halt bei über 42 grad auch kaputt und so habe ich dann eben also die werden ganz schön getrocknet bei unter 42 grad und da habe ich dann eben auch noch diese lebendige nahrung einfach mit dabei ne und letzten endes spielt natürlich auch der geschmack eine eine wichtige rolle gerade bei dann eben lebensmitteln wo es ja auch wo es ja auch um genuss geht ne und das ist uns auch ganz wichtig dann dass wir da auch natürlich irgendwo auch den geschmack haben der irgendwo positiv ist und das ist einfach so lecker ja also wer noch keine gekeimten saaten probiert hat muss es einfach tun weil es schmeckt so gut es schmeckt stellenweise auch auch anders als jetzt das das normale saat also ungekeimt und das macht es halt für uns einfach so insgesamt so wertvoll ja ich bin auch mal ganz begeistert von sprossen von gekeimten saaten und wie gesagt ich feiere eure produkte also das finde ich so genial und freue mich auch dass wir jetzt darüber ein video machen können ja kannst du was zum herstellungsprozess dieser saaten sagen wie werden die hergestellt auf welche kriterien legt ihr besonders großen wert ja also da fange ich vielleicht mal an was ist unser ziel unser ziel ist ja im prinzip eine möglichst schonende herstellung weil wir ja den höchsten metallstoffgehalt am schluss haben wollen also müssen wir damit möglichst schonend umgehen und natürlich auch ein entsprechendes saatgut auswählen also sprich wir fangen an unser ziel ist eine rohkostqualität das zweite ist dass wir von dem saatgut her schon anfangen wirklich auch nur saatenfestes saatgut zu nehmen eben kein hybridsaatgut oder so also so gentechnisch veränderte sachen oder so sondern wirklich einfach samenfestes saatgut da spricht man ja davon wenn man von hoher qualität auch spricht dann werden im prinzip diese saaten ja also diese diese wertvollen saaten werden zunächst eben in handwarmes reines wasser eingeweicht um eben sie zu aktivieren quasi und optimal auf dem keimvorgang vorzubereiten muss man sich natürlich jetzt nicht wie zu hause in irgendwie einem keimglas oder so vorstellen natürlich in großen becken das ist ja eine masse die da auch produziert wird wird es dann eben in handwarmes wasser ist dass wir da auch entziertes wasser und gereinigtes wasser nehmen also jetzt nicht einfach nur irgendein leitungswasser oder sowas sondern auch energetisiert gereinigtes wasser weil das ja ganz ganz wichtig weil das hält das liegt da ja einige stunden drin und saugt ja auch das wasser auf und da ist mir dann wichtig dass da auch die wasserqualität entsprechend eine rolle spielt das ist ja auch so ein bisschen das was uns ausmacht dass wir halt wirklich immer ganzheitlich denken auch bei der produktentwicklung im anschluss werden dann eben die saaten in eine weitere keimwanne gegeben und dort eben regelmäßig gewendet und bewässert wiederum lauwarmes reines wasser und eben schonend zum keimen gebracht also es unterscheidet sich gar nicht groß zu dem wie man es halt zu hause auch macht nur dass es halt der maßstab logischerweise deutlich größer ist und halt da eben edelstahlbecken und so weiter verwendet werden über die genaue keimzeit kann ich an der stelle tatsächlich nicht viel verraten weil das auch so ein bisschen ja auch unser know-how ist weil darauf kommt es halt am schluss vor allem an weil wir wollen ja das hatte ich ja der frage beantwortet in der ersten dass wir halt eben diese optimale keimzeit halt wollen weil dann haben wir den höchsten nährstoffgehalt und das heißt wir haben da immer pro produkt eine individuelle keimdauer und die ist halt einfach die optimale um eben maximalen nährstoffgehalt auch zu haben ja und das war auch ein sehr sehr will ich sagen aufwändiger prozess eben um diese um diese keimdauer auch zu erarbeiten und ja deswegen kann ich da jetzt im einzelnen dazu nichts sagen ja und nach abschluss des keimvorgangs findet dann eben auch die schonende trocknung statt also die produkte sind ja nicht nass oder feucht wie man sie kauft sondern auch trocken machen wir dann eben auch in so riesigen 42 grad weil wir eben diese ruckusqualität logischerweise auch erhalten wollen und ja und dann werden die eben sorgfältig und ja wie soll ich sagen liebevoll händisch auch verpackt und an die kunden versandt klingt auf alle fälle sehr gut lieber fabian die nächste frage lieber fabian wie lang sind denn die gekeimten saaten haltbar wenn man das jetzt so als kunde kauft und will sich vielleicht auch ein vorrat anlegen wie lang kann man das aufbewahren ja also wir haben jetzt ein haltbarkeitsdatum von einem jahr auf der verpackung stehen aber da will ich auch eine lanze brechen das heißt ja nicht dass es jetzt auch nur ein jahr geht sondern ich sind deutlich länger haltbar also da ich wüsste jetzt gar nicht was passieren soll ja also kommt natürlich auch immer auf die lagerungen an aber das hat halt eben als hintergrund dass wir ja auch logischerweise von der lebensmittelüberwachung geprüft werden und bei bei rohkostprodukten hast du immer das problem aber das ist auch logisch und das ist nicht vermeidbar weil das ja teil dazu gehört dass du halt eine mikrobiologie eine höhere belastung hast logisch weil du hast ja nur 42 grad im spiel daher werden keime nicht abgetötet oder wenig halt und dadurch hast du immer höhere mikrobiologie und deswegen können wir da auch nur ein jahr drauf schreiben weil dann eben im laufe der zeit auch je nach lagerung der mikrobiologie anteil im laufe der zeit einfach nach einem jahr halt auch höher wird aber wenn ich jetzt irgendwo gesund bin ist da nichts zu befürchten ja also da muss man halt eine lanze brechen aber wir dürften es halt rein gesetzlich auch nicht länger halt als ein jahr machen das ist so der grund aber man kann die durchaus auch in der heutigen zeit wo auch ein bisschen auf bevorratung geht da passiert nichts ich persönlich nutze die auch noch wenn das ein jahr abgelaufen ist also müssen da noch nie was passiert ja also ich nutze zum beispiel auch saaten es gibt ja eben auch keimsaaten die man selber keimen kann gibt es ja auch immer so ein ablauf datum muss ja auch immer gesetzlich sein und die keimen auch danach gut es kommt auch darauf an wie man es lagert gerade saaten die man kann ja die müssen kühl und trocken da gibt es auch diese dunklen mehreren gläser glaube ich da hat man ja auch so verschiedene macht mehreren und oder braucht ihr habt ja auch braucht diese braunen gläser ist ja auch noch mal besser als jetzt weiße gläser und wenn man so eine tüte aufmacht merkt wo ich brauche das jetzt gar nicht alle alles auf oder legt sich wirklich mal alle zwölf tüten zu und braucht dann ab und zu was dann kann man das ja dann auch umlagern ein braunen gläser oder mehreren gläser und dann hält das auf alle fälle da gibt es ja schon verschiedene unterscheiden exakt weil es ist ja getrocknet ja also da entsteht ja keine entwicklung die entwicklung kann immer nur passieren wenn die lagerung falsch ist wenn halt zu viel luft drankommt und dann aus der luft ist auch wasser drin und dann wird es irgendwann da halt ausgesogen und dann dann passiert was aber wenn ich das gut lagern zum braunen glas oder mirronen glas dann passiert da nichts ja also ich mache es ja auch so ich habe ja ich habe immer viele pulver bei euch bestellt und wenn dann pulver alles hebe ich die gläser auf genau perfekt und da lager ich teilweise auch eben ich habe mehr und gläser und braunen gläser und daran lag ich auch meine gekeimten saaten oder irgendwas anderes auch nüsse kerner kann man die gläser bei euch sind ja doch recht groß eine gewisse sachen kann man da auch lagern und es ist super also als der wirklich also man auch eure ja genau weiterverwenden kann genau das sind alle zwölf gekeimte saaten von lebenskraft pur auf einen blick genua buchweizen brokkoli alfalfa kürbis kerner ein korn oben und korn oben weiter unten leinsamen die goldenen und die braunen hirse hanfsamen sonnenblumenkerne und nackthafer und jetzt schauen wir uns die gekeimten saaten noch etwas genauer an zum schluss die frage lieber fabian was sind von diesen zwölf gekeimten sorten deine favoriten wie verwendest du sie und ja wie können die saaten allgemein verwendet werden ja favorit habe ich ja vorhin schon genannt merke ich gerade also ich liebe halt die brokkolisprossen da ist einfach so meine leidenschaft für das thema pflanzen extrakte und was für heilwirkungen darf man ja eigentlich gar nicht sagen aber eben was für wirkungen die haben auch für unsere gesundheit mit dem sulforaphane zum beispiel deswegen liebe ich halt einfach die brokkolisprossen weil die einfach in meinen augen so stark und potent einfach sind wenn ich jetzt überlege so im alltäglichen gebrauch mag ich auch gerne nackthafer tatsächlich weil ich auch gerne ab und zu mal müsli esse und man kann sich da halt mit sondern ich habe da so eine flockenquetsche und dann mache ich mir da immer haferflocken ganz frisch draus und das funktioniert da wirklich gut und von daher das ist schon die erste anwendung in müslis kann ich es machen da kann ich aber auch zum beispiel nicht nur den nackthafer nehmen sondern auch mit tatsächlich der namen entfallen buchweizen jetzt buchweizen kann ich ja auch nehmen der ist super super crunchy einfach den kann ich auch ins müsli einfach nehmen ich kann aber auch die ganzen zarten wenn ich jetzt vielleicht sich der hundertprozentige rohköstler bin und mir ab und zu auch mal selber irgendwo ein brot backe oder sowas dann kann ich das da auch verwenden entweder als mehl ich kann es vorher malen die saaten das auch man könnte jetzt meinen sehr schade wieso nämlich da gekeimte gekeimte sprossen machen wir mail draus wenn ich es dann wieder erhitzt es ist viel verträglicher also es ist viel verträglicher also auch wenn ich selbst wenn ich keine rohkost dann mache mit mit den gekeimten sachen dann lohnt sich es trotzdem weil in der in dem keinem vorgang werden eben die antinährstoffe in den in den saaten abgebaut und von daher lohnt sich es auch selbst wenn man dann backt damit das zu verwenden ich kann aber auch das ganze da sind die brokkoli sprossen zum beispiel super ich kann mir in einem salat das drüber träufeln oder einfach in den salat mit reinmachen da schmeckt es auch super lecker weil es auch einfach so ein eigengeschmack hat gemüsegerichte kann ich es auch als topping nehmen ich kann es mir in suppen machen gerade wenn ich so frisch drüber mache bin ich wieder beim buchweizen der einfach so so super schön crunchy ist ne das hat einfach einen tollen genusseffekt einfach ich kann mir frühstücks breie draus machen ich kann mir riegel machen also es ist unfassbar vielfältig ne stellenweise in smoothies kann ich es reinmachen dips also es gibt eigentlich keine grenzen ja ja genau also auch für salate eignet sich einiges für rohkost cracker auch gerade die leinsamen die sonnenblumenkerne also buchweizen gekeimt nehme ich ja immer gern für schokoknusper für meine söhne für energiebällchen also ja es spricht auch nichts dagegen die auch zu erhitzen ich packe zum beispiel auch für meine jungs glutenfreies brot mit haferschmack leinsamen die kann man dazu verwenden da kann man auch ein bisschen ja hanfsamen gekeimte hamster angekeimte kürbiskerne reingeben und wie du schon sagst die antinährstoffe werden da abgebaut die phytinsäure und das ist viel verträglicher berichten viele menschen wenn sie brot mit gekeimten getreide essen ist es verträglicher absolut mir fällt auch noch eine letztendlich auch kürbiskerne noch über eine salat bowl einfach nur ein paar kürbiskerne gekeimt drüber gemacht schmeckt saugut wirklich muss man muss man so sagen pancakes kann man auch machen wenn man backt zum beispiel sogar glutenfrei mit den buchweizen zum beispiel kann man auch diese blinis da benutzen es ist wirklich endlos also man kann auch oder oder hanfsamen finde ich auch gut kann man auch dips machen draußen mit den hanfsamen das ist einfach endlos ja also der kreativität sind keine grenzen gesetzt und einige der saaten kann man ja auch pur knapp und somt um keine kürbiskerne also wirklich so als auch wenn man mal so vielleicht doch irgendwie an ungesunden chips oder so hängt dann kann man das vielleicht damit auch mal versuchen zu ersetzen weil gerade diese buchweizen das kann ich wirklich für einsteiger super weil die schmecken einfach pur schon so gut und dieser crunch effekt du hast den halt total also es gibt viele verwendungsmöglichkeiten für die zwölf saaten und ich bin gespannt was da noch so dazu kommt also das werde ich auf alle fälle auch testen so jetzt sind wir fast am ende des videos angelangt und die zuschauer wissen ja wenn wir zusammen videos machen da gibt es immer noch eine besondere aktion zum schluss und zwar bietet ihr wieder für mich und meine zuschauer ein fünf prozent rabattcode an der gilt vom 18 11 an fünf tage ich werde das alles noch mal unter diesem video verlinken auch den rabattcode die seite von lebenskraft pur da könnt ihr euch gerne umschauen ja ich bin ja immer begeistert von der lebensmittel palette wir hatten ja schon zu den bären hatte ich ja schon erwähnten ein video gemacht also schaut euch da wirklich um also lebenskraft wurden ja wundervolle palette an grünen pulver und das ist ja so viel dazu gekommen lebensmittel nahrungsergänzungsmittel und auch die zahnpflegeprodukte super ich habe jetzt auch gesehen ihr habt auch jetzt mieswack ja das habe ich ganz neu gesehen die habe ich ja vor ein paar jahren genutzt jetzt eine weile wieder nicht und habe ich mir dann gleich bestellt auch bambuszahnbürsten ihr habt tolle zahnpulver auch für kinder und ja auf alle fälle immer lohnenswert da reinzuschauen und jetzt auch mit dem fünf prozent rabatt code da einfach auch mal eine größere bestellung zu machen ja ich danke dir lieber fabian für deine zeit und ebenso vielen dank für die einblicke auch mal hinter den kulissen wie entsteht das ganze wie wird das hergestellt was auch für einen gesundheitlichen wert diese diese getrockneten saaten haben freue ich mich ganz sehr für die einblicke ja und an die zuschauer gerne eure meinungen kommentare zu dieser thematik gekeimte saaten in getrockneter form wie macht ihr das zieht ihr euch frische sprossen trocknet ihr selber sprechen euch diese produkte an über die wir heute gesprochen haben wir freuen uns über eure kommentare wünschen euch eine wundervolle harmonische gesunde zeit alles gute alles lieber da 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 Vielen Dank.